Alle rein. Unzufriedenheit muss er nix. Was machst du denn? Schneller. Wer mit dem Bauern sofort krank ist. Es ist schon sehr wichtig, dass wir das hier hinkriegen. 21 die nicht versorgen ist. Na wer ist damit nicht zufrieden? 20 die nicht versorgen ist. 20 die nicht versorgen ist. Da ist eh nichts mehr. 20 die nicht versorgen ist. 20 die nicht versorgen ist. 18 die nicht versorgen ist. 21 die nicht versorgen ist. 20 die nicht versorgen ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, müde ich. Aber kalt, aber so mich wie. Na ja. So, das hat jetzt noch mal ordentlich Rohstoffe gezogen, aber das ist nicht so schlimm. Ach so, Technologie fehlt hier noch, Technologie auf Zentrum und Ordnung, Arbeitsbeschuhung. Und jetzt ist sie auf der Stelle, die können alle Kohle schürfen. Kohle, 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 Kohle. So, 3000 Nahrung. Sollte ausreichen, würde ich mal behaupten, aber Kohle 11.000 fühle ich mich überhaupt nicht sicher. Wer mit dem Speisehaus, wer mit dem würde ich noch machen. Der Köpter ist weg, das ist gut. Wollen wir noch einmal essen? Automatoren. Automatoren. Musik. 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 Wir haben noch ein bisschen Staub. Die mache ich dann gleich aus. Aus und aus, damit die genügend Aufmachtbestimmung haben. So. Letzter weiter arbeiten. Alle voller Pulle. Kommt schon. Wer mit dem und wer mit dem? Wer mit dem? Das passt so. Ihr seid nur in der Pelto, oder? Ja, einen muss ich noch erweitern. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Teasen. Mach einfach noch ein paar mehr, falls wir da nicht genügend verloren haben. Aber wir haben bereits. Sitzen. So, Hoffnung ist volle Pulle voll. Technologie. Einmal Reichweite bräuchte ich nur. Die Essensqualität ist nicht gut. Heul, 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 Wein, Schluchze ist mir doch egal. Heul, 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 Heul. Komplett voll. Vielleicht baue ich doch noch Nahrungsmittel Speisazien. Ich denke mal, fast 4.000 Essen sollten reichen. Das braucht wohl noch ein bisschen. Gebt ihm alles, was er braucht. Obwohl, ich habe noch eine Idee. Momentan sind ja hier Automatoren zugange. Ja, lasst das mal sein. Hier kommen mal Leute rein. Dafür macht ihr mir mal diese Blobs hier weg. Und Vollgas. Gibt irgendwie nicht so viel zu tun gerade. Flop. No time to waste. We've got work to do. So. Wer mal an sich bitte weg. Die Reichweite brauchen wir nicht. Eingliederung. Stoffe brauchen wir hier noch etwas. Effizient sammeln. Und dann Einspritzung. Um hier nochmal ein bisschen mehr rauszugitzeln. Aber apropos rausgitzeln. Vorarbeiter. 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 Wenn wir das Essen haben, warum denn nicht? Da seht ihr auch. Das haut überall die Produktion ordentlich so. Nein, 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 nein. Hier baue ich lieber noch ein Krankenhaus hin, Fabrik, baue einfach viel mehr davon. Hier, 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 hier. Heimschrauben. Arbeit ist getan für den Tag. Aber wenn ich so auf die Uhr schaue, bitt mir jetzt so langsam die Zeit auf. Ich dachte, ich schaffe es in einer Aufnahmemassation, aber, ja. Nö, es wird noch eine zweite werden. Die Zufriedenheit ist zwar hoch, aber das haben wir ja alles soweit im Griff. Da baue ich bloß noch ein schönes Krankenhaus hin. Und sonst bleibt mir ja eigentlich nur noch eine Sache hier zu tun. Alle Rohstoffe dafür rausfahren. Da können die Leute dann ordentlich bauen. Kohle ist auf Maximum. Dann machen wir hier noch die... Ich meine, wir warten mal ganz kurz. Machen die hier nochmal ein bisschen effizienter. Aber wie gesagt, wie es weitergeht, das sehen wir dann... Also, seht ihr in der nächsten Folge. Ich in der nächsten Aufnahmassation. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.